sich einen allumfassenden Eindruck verschaffen, eine Meinung bilden, dann den Artikel schreiben. Oft ist es aber andersrum. Die Journalisten kommen mit einer vorgefassten Meinung und suchen sich jetzt die Puzzlesteinchen raus, die sie brauchen, um ein Bild zu schaffen, was genau ihrer Meinung entspricht. Finden sie diese Puzzlestücke nicht, wird die Pfeile ausgepackt und die Puzzleteile werden so lange zurechtgefeilt, bis sie in das Bild passen. Ihr kennt das alle. Was nicht passt, das wird passend gemacht. Meine lieben Freunde, wir müssen reden. Und zwar heute über lupenreine Propaganda. Mein Name ist Chris und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Denn wir marschieren gerade, kerzengerade auf die 6000 Abonnenten zu. Ihr mögt vielleicht sagen, das ist nicht viel. Für uns ist das ein ganz, ganz großes Kompliment. Denn diese 6000 Menschen, mit denen stehen wir größtenteils im Dialog. Wir stehen Rede und Antwort in den Kommentaren und versuchen auch auf eure Fragen und Wünsche einzugehen. Viele nehmen Begriffe in den Mund, weil sie gut klingen, weil sie sie irgendwo gehört haben, weil sie glauben, dass sie passen, dass sie eine Vermutung haben, was die Begriffe bedeuten. Und bei Propaganda ist das genauso. Und hier passt es einfach, weil ich zitiere hier Propaganda, systematische Verbreitung politischer, weltanschaulicher oder ähnlicher Ideen und Meinungen mit dem Ziel, das allgemeine Bewusstsein in bestimmter Weise zu beeinflussen. Und jetzt merkt ihr auf einmal auch mit dem Ziel, die allgemeine Bewusstseinsbildung zu beeinflussen. Nachtigall, ich hör dir Trapsen. Und das ziemlich laut in Richtung öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wenn da gegendert wird, wenn da ein gewisses Bewusstsein für Elternteil 1 und 2 geweckt wird, wenn da gewisse Denkstrukturen permanent gebetsmühlenartig repetiert werden, dann ist das im Grundsatz schon per Definition Propaganda. Es ist die systematische Verbreitung politischer, weltanschaulicher oder ähnlicher Ideen und Meinungen mit dem Ziel, das allgemeine Bewusstsein in bestimmter Weise zu beeinflussen. So, was hat das alles mit Till Lindemann zu tun? Nun ganz einfach. Bei dieser Veranstaltung, bei der 12.000 Konzertbesucher auf eine Gruppe von 300 bis, man sagt, bis hin zu in der Spitze 600 Demonstranten getroffen ist, soweit der Polizeibericht und dem darf man hier wohl in etwa glauben, sagen wir mal in der Mitte 450. Bei diesem Aufeinandertreffen und dieser Gemengelage gab es von der Polizei erfasste Straftaten. Und um die soll es heute gehen. Nicht ums Konzert, nicht um die musikalische Leistung, auch nicht um die rechtschreibbehafteten Parolen unserer Krawallschachteln. Nein, es geht mir um das, was im Polizeibericht stand. Und den lese ich euch, falls ihr ihn nicht mehr in Erinnerung habt, kurz vor. Gegen Protest anlässlich Konzert. Im Vorfeld der Veranstaltung protestierten einige Personen, hier seht ihr es schon, einige Personen, hört sich ganz anders an als eine riesige Demonstration, unter dem Motto, keine Bühne für Lindemann. In der Spitze nahmen rund 600 Personen an der Kundgebung teil, welche weitgehend störungsfrei verlief. Leute, wir befinden uns immer noch im Polizeibericht. Das hier ist keine journalistische Leistung, das ist von der Polizei so herausgegeben. Das ist deswegen wichtig, weil jetzt kommen wir zu dem Teil, um den es mir heute geht. In mehreren Fällen wurde aufgrund von Vermummung gegen das Versammlungsgesetz verstoßen. Über diesen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz wird nirgendwo berichtet. Man sieht auch nirgendwo die Vermummten. Man sieht diese Frauen mit diesen Schildern in der Presse. Und oft werden die zwar wütend dargestellt, aber weniger aggressiv. Das sind Frauen, die für ihre Rechte kämpfen. Das sind Amazonen, das sind halbgöttinengleiche Racheengel, die gegen ihre Ängste ankämpfen. Das heißt, hier wird ein ganz bestimmtes Bild generiert. Wie viele Vermummte habt ihr in Großaufnahme gesehen, die dann auch noch, und das kommt im nächsten Satz, Sachbeschädigung begangen haben. Denn auch einzelne Straftaten, unter anderem Sachbeschädigung, da ist ein Container aufgebrochen worden und Beleidigungen wurden registriert und die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Was jetzt hier noch passiert ist, das muss man fairness halber dazu sagen. Ein Besucher des Konzerts hat tatsächlich sein Bier über zwei Demonstrantinnen ausgekippt. Ist nicht unbedingt netter Stil, aber er wurde vorher angepöbelt, weil es kam tatsächlich zu massiven verbalen Attacken gegen die Besucher. Ähnlich wie man das schon auf den Schildern, den Transparenten gelesen hat, hat man hier eine Assoziation gezogen. Erstens mal hat man unterstellt, dass es sich bei Till Lindemann um einen Täter handelt, ohne zu beschreiben, welcher Tat man ihn nun tatsächlich beschuldigt. Und die, die tatsächlich dahin gehen, unterstützen ihn dabei. Seht ihr hier, das ist das entsprechende Transparent. Ignoriert den Rechtschreibfehler. Ja, aber jetzt geht es noch weiter. Und zwar folgendes. Zudem soll es während der Versammlung, und das ist jetzt der letzte Absatz, der letzte Satz, zudem soll es während der Versammlung zu einer verfassungsfeindlichen Geste gekommen sein, welche ebenfalls durch das Fachkommissariat der Polizeidirektion Leipzig geprüft wird. So, dieser Satz steht hier noch zum Ende hin. Jetzt muss man erstmal klären, was ist eine verfassungsfeindliche Geste. In dem Fall hier war es ein typisches Handzeichen, was nach § 86a Strafgesetzbuch in Deutschland, in Österreich verboten ist. Es ist genau dieser Gruß, der hier tatsächlich als Gruß einer verfassungsfeindlichen bzw. terroristischen Vereinigung gilt. Dieser Gruß, das wisst ihr, der ist in Deutschland verboten, in Österreich im Übrigen auch, und ist strafbewehrt. So, jetzt gibt es hier allerdings schon zwei Punkte, die man berücksichtigen muss. Dieser Gruß ist auch noch festgehalten worden, weil derjenige, der hier in Aktion getreten ist, hat sich auch noch selber dabei gefilmt. Das Video wurde sichergestellt, ist auch auf X gelandet, weil er wurde auch von außen gefilmt. Und das Erste, was jetzt noch am Rande wichtig wäre, das Video existiert, dieser Gruß existiert. Aber an dieser Stelle sollte man auch wieder vorsichtig sein mit einer Tatsachenbehauptung, denn es ist keine, wenn man hier sagt, dass er sich tatsächlich damit strafbar gemacht hat. Der Verdacht liegt nah, weil der Gruß als solches ist generell mal verboten, aber es gibt hier Ausnahmen. Einmal, wenn es sich um ein Theaterstück handeln würde oder wenn es eine Kunstperformance gewesen wäre, dann sind diese Formen der Darbietung geschützt. Oder aber, wenn es um eine Überspitzung geht und man unterstellt, dass das Gegenüber in seinem Verhalten an das NS-Regime erinnert. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Dazu gibt es ein Urteil des Oberlandesgericht Koblenz aus dem Jahr 2009. Da ist nämlich ein Urteil aufgehoben worden, wo jemand zunächst einmal deswegen verurteilt wurde, weil er diesen Gruß gezeigt hat. Und da ging es dann darum, dass das OLG in Koblenz geurteilt hat, dass der Angeklagte glaubhaft vermittelt hat, dass er diesen Gruß gezeigt hat, weil er abstimmen wollte, dass er in einer Polizeikontrolle, er hat ihn nämlich gegenüber der Polizei gezeigt, dass dieser Gruß an dieser Stelle seine Ausdrucksweise war, um zu unterstellen, dass hier faschistoide Methoden von Seiten der Polizei angewendet wurden und er dem damit Ausdruck verleihen wollte, in was für einer Situation er sich geglaubt hat, wiederzufinden. Er hat Recht bekommen. Das will ich jetzt nur sagen. Ich will damit gar keine Entschuldigung treffen. Wenn das ein einsamer, verirrter Geist gewesen ist, der in dieser Situation geglaubt hat, er müsste sich profilieren, er müsste diesen Gruß aus welchem Grund auch immer zeigen, dann ist das zunächst einmal zu beurteilen und dann zu verurteilen. Das ist das eine. Das ist der Tatbestand, wo wir nicht wissen, wie das ausgeht, aber der ist dokumentiert, der ist auch vorgekommen. Jetzt habe ich eben gesagt, da sind 12.000 Leute in die Halle gegangen, um das Konzert zu besuchen. Einer, und definitiv, es geht um einen Vorgang, einer, der sich ebenfalls in diese Richtung bewegt hat, hat in der Konfrontation mit den Krawallschachteln, die hier demonstriert haben, so reagiert. Warum ich das sage, wird jetzt deutlich, denn ihr erinnert euch, eigentlich sind wir losgezogen, um über Propaganda zu sprechen. Und das aus gutem Grund. Denn die Frage ist ja nicht nur, was da passiert ist, sondern was die Medien daraus gemacht haben. Und ihr erinnert euch noch an die Formulierung von Propaganda. Und fangen wir mal an mit dem Fachmagazin der Musikbranche, mit dem Rolling Stone, der nicht müde wird, hier tatsächlich eine Story draus zu machen. Und die Story titelt, ihr seht es hier, Lindemann-Konzert in Leipzig, Polizei ermittelt wegen eben genau diesem Gruß. Und drunter steht da noch im Anlauf, Lindemann scheint auch rechtsradikale Fans zu haben. Die Leipziger Polizei ermittelt gegen einen Anhänger des Sängers, der den Gruß gezeigt haben soll. Wir wissen mittlerweile, dass die aktuelle Besitzerin oder Mehrheitsanteil-Eignerin vom Rolling Stone Magazine eine bekennende Feministin ist. Zu ihrem Sortiment, zu ihrem Portfolio, was sie da dem Springer Verlag abgekauft hat, gehört unter anderem eben auch eine solche Zeitung. Das merkt man, das riecht man, das schmeckt man, das fühlt man, wenn man sich die Berichterstattung des Rolling Stone über Rammstein seit dem Sommer durchliest. Was aber hier steht, ist perfide. Das ist das, was ich mit Propaganda meine. Wir erinnern uns, im Polizeibericht steht eine Person. Was wird bei Rolling Stone daraus? Lindemann scheint auch rechtsradikale Fans zu haben. Hier ist jetzt schon vom Plural die Rede. Das ist eine Mutmaßung, das dürfen die, das ist gedeckt, aber es ist Polemik. Man muss sich mal überlegen. Links 2, 3, 4. Die Band hat sich ganz klar positioniert. Jetzt, wenn man sie nicht durch die Vorlieben, was die bilateralen Beziehungen zu Frauen angeht, wenn man da Till Lindemann nicht zu Fall bringen kann, wenn man Rammstein nicht hier angreifen kann, versucht man es jetzt über diese Karte, dass man diese Karte ausspielt und Rechtsradikalität unterstellt. Das hat ja schon mehrfach nicht funktioniert. Aber hier merkt man jetzt, wie der Modus operandi funktioniert. Und der Satz geht ja weiter. Die Leipziger Polizei ermittelt gegen einen Anhänger des Sängers. Hier wird jetzt wieder dieser Einzeltäter, der völlig eigenmotiviert, völlig selbstmotiviert vor der Halle diesen Gruß gezeigt hat, wird in Kontext gestellt zu Lindemann. Er sei ein Anhänger. Als wenn die beiden Waffenbrüder wären. Als wenn die beiden in einer Bruderschaft wären. Als wenn das Dudesfreunde wären und die gemeinsam danach auf ein Bier gehen. Selbst dann wäre es sippenhaft. Selbst dann wäre es hoch fragwürdig. Aber hier eine Korrelation herzustellen. Wir wissen nicht, ob er tatsächlich ins Konzert gegangen ist. Wir wissen gar nichts. Rolling Stone weiß offensichtlich hier mehr. Aber Rolling Stone ist nicht alleine. Denn auch in der Leipziger Volkszeitung, die übrigens zur Mazza-Gruppe gehört, und die Mazza-Gruppe gehört in der Mehrheit der SPD, wie auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland, titelt Till Lindemann in Leipzig Staatsschutz ermittelt gegen Konzertbesucher. Das heißt also wieder die Kombination Lindemann und Staatsschutz in einem. Dann geht es da weiter. Wegen einer verfassungsfeindlichen Geste wird gegen einen Fan des Rammstein-Sängers Lindemann ermittelt. Ihr müsst euch das vorstellen. Wieder gibt es eine Sinnsynthese. Propaganda. Ja, wenn es so ist, wird ermittelt. Und zwar gegen einen Passanten, der in unmittelbarer Nähe der Demonstranten vor der Halle etwas getan hat, was nach § 86a des Strafgesetzbuches offensichtlich einen Straftatbestand erfüllt. Hier aber eine Sinnsynthese wiederherzustellen. In einem Satz diese vermeintliche Straftat in Verbindung zu bringen mit dem Rammstein-Sänger Lindemann und ihn als Fan zu bezeichnen, also auch noch eine Sympathie, eine emotionale Bindung mit in den Raum zu stellen und damit eine Nähe zu suggerieren, das ist ganz massive Einflussnahme auf die Wahrnehmung dessen, der das hier liest. Das ist absolut billig. Und genau da bewegen wir uns in dieser Emotionalisierung des New Journalism. Ich verbinde euch das hier nochmal, ich verknüpfe es euch da nochmal. New Journalism ist eine ganz, ganz heiße Kiste, wo man aufpassen muss. Während früher, so haben wir es gelernt, so habe ich vor Jahrzehnten meinen Job gelernt, da ging es um die großen 5 Ws. Wer hat wann, was, wo, warum getan? 5 Ws bedeuten, du hast eine Story, wenn du die Geschichte darum erzählst und möglichst sachlich. Alles andere, wo du hingehst und Meinung reinpackst, ist Klosse. Wenn du den Status nicht hast, dass du eine Klosse schreiben darfst, ist es bestenfalls ein Kommentar. Das wird mittlerweile umgangen bei dem New Journalism, da geht es um Emotionen. Und das wisst ihr, das ist Klaas Relotius, das ist Spiegel. Wenn ich keine Story habe, dann erfinde ich sie. Das fängt damit an, dass man irgendwann vielleicht mal eine Situation etwas anders beschreibt. Dass man den Pianoplayer in die Halle des Hotels setzt, der im Hintergrund Richard Kleidermann spielt für Elise. Dabei hat es den nie gegeben. Ach, das stört ja auch keinen, aber es streckt der Emotionalisierung bei. Die Atmosphäre wird deutlicher. Dann ist es der Page im Aufzug, der den Protagonisten beobachtet, den es nicht gegeben hat. Aber das stärkt das Stimmungsbild. So entsteht New Journalism. Man diktiert hier ein bisschen an, man lässt da ein bisschen was weg, damit die Story passt. Das ist noch nur die halbe Wahrheit. Das geht dann weiter, wenn man Dinge weglässt, weil sie einem nicht gefallen. Dass man Fakten unterschlägt, weil sie nicht in das vorher prädefinierte Ziel passen. Und das ist das Gefährlichste. Normalerweise, wenn du journalistisch arbeitest und dich einem Thema widmest, solltest du relativ wertfrei rangehen. Du sammelst Informationen, bildest dir eine Meinung. Aufgrund deiner Meinung verfasst du deine Reportage. Gehst du eben nicht wertfrei ran. Selbst bei politischen Großwetterlagen, wie wir sie derzeit an vielen Orten in dieser Welt haben, wäre das auch oft der bessere Weg. Sich einen allumfassenden Eindruck verschaffen, eine Meinung bilden, dann den Artikel schreiben. Oft ist es aber andersrum. Die Journalisten kommen mit einer vorgefassten Meinung und suchen sich jetzt die Puzzlesteinchen raus, die sie brauchen, um ein Bild zu schaffen, was genau ihrer Meinung entspricht. Finden sie diese Puzzlestücke nicht, wird die Pfeile ausgepackt und die Puzzleteile werden so lange zurecht gefeilt, bis sie in das Bild passen. Ihr kennt das alle. Was nicht passt, wird passend gemacht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja und damit sind wir bildschön bei der Berichterstattung über Till Lindemann, die im Moment läuft. Egal ob es um sein Album ging, Zunge, ob es jetzt um den Konzertauftakt ging. Es ist immer wieder derselbe Modus operandi und das ist gefährlich. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Nicht nur, weil ich denke, dass es euch interessiert, was sich rund um Till Lindemann und Rammstein und die Konzerte tut, sondern auch, dass ihr die Mechanismen und Muster verstehen lernt, wie heute in den Medien gearbeitet wird, um euch zu ködern. Das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann schau dir hier eine weitere Folge aus unserem Kanal an und vergess nicht, hier unseren Kanal auch zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn du Spuren hinterlässt, denn damit hilfst du uns unglaublich zu wachsen und wir tragen weiter dazu bei, dass dieser Lebensraum Deutschland gestaltet und bewahrt bleibt, so wie wir uns das vorstellen. Denn wir lieben unser Zuhause. Habitat Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.